Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine Extra-Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, genau. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch, Gören, wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Ja! Oh, was ist Greloth? Gnade! Als Aventus gegangen ist, als er darüber geredet hat, Greloth zu töten, ich hätte nie gedacht, dass er das ernst meint. Jemand hat Greloth getötet. Greloth ist tot. Aventus hat es geschafft. Man tötet eine Person und löst damit so viele Probleme. Wir sind gelüttet. Ich weiß nicht, was alles möglich wäre. Aber wohl nicht. Man tötet eine Person und löst damit so viele Probleme. Als Aventus ausgerissen ist, wo die Grä...